Hallo und willkommen zu meinem nächsten Video, wieder zu den Epochen der prähistorischen Archäologie. Wir befinden uns noch im Paleolitikum, jedoch sind wir jetzt im Jung-Paleolitikum. Und dafür habe ich euch mal hier die Grafik mitgebracht. Im Jung-Paleolitikum finden große Veränderungen statt, sowohl in der Gesellschaft, die existiert, als auch in den Techniken, die verwendet wurden und in der Landschaft. Wie ihr euch sicher erinnert, verschwinden die Neandertaler zwischen 40.000 und 35.000 Jahren vor heute. Und damit kommen wir auch schon zu der ersten Epoche im Jung-Paleolitikum. Das ist das sogenannte Orignation. Das wird hier so geschrieben und ich habe es ganz grauenhaft wahrscheinlich ausgesprochen. Aber in diesem Zeitraum existiert der Neandertaler noch in Teilen Europas. Dann, in der nächsten Epoche, die zwischen 34.000 und 25.000 vor heute ist, das ist das sogenannte Gravitier. Da ist der Neandertaler dann nicht mehr da. Ab da existiert dann nur noch der moderne Mensch, also der Homo Sapiens. Nach dem Gravitier kommt das Solutier, zwischen 25.000 und 23.000 Jahren vor heute. Dann das Bad de Juliö. Ich spreche die Wörter ganz grausig aus, es tut mir leid. Deswegen stehen die auch hier unten nochmal. Das befindet sich zwischen 23.000 und 20.000 Jahren vor heute. Dann wieder eine etwas längere Epoche, das sogenannte Magdalinié, zwischen 20.000 und 14.000 vor heute. Und dann das Azélien, zwischen 14.000 und 12.000 Jahren vor heute. Kommen wir jetzt auf die Innovationen. Hier haben wir einmal die Projektile, also die Spitzen der Jagdwaffen und einmal die Jagdwaffen an sich. Schauen wir hier vorne, im Anfang, zwischen 40.000 und 34.000. Also hier, 44.000 fangen wir hier an. Und da sehen wir, wir haben Wald und Steppen. Und die am weitesten verbreitete Waffe ist entweder die Stoßlanze oder der Wurfspeer. Da ist man sich oft nicht so ganz sicher, wenn man was findet. Man hat dann meistens versucht, nach der Länge und dem Gewicht zu gehen. Aber da das keine Einheitsgrößen sind, kann man das immer recht schwer sagen. Aber diese Waffen wurden zu dem Zeitpunkt verwendet. Schauen wir hier oben zu den Projektilen. Da haben wir Geschossspitzen aus Elfenbeinen hier unten. Also Elfenbeinen sind, wie ihr sicherlich wisst, die Zähne. Und in diesem Fall sind das Elefanten- und Mammutstoßzähne. Die brechen dann hier ab und das liegt daran, dass die großen Mammuts immer weniger werden und man deshalb weniger Elfenbein hat, um seine Geschossspitzen herzustellen. Was verwendet wurde und auch schon sehr früh, sind Geschossspitzen aus Knochen und Geweih. Die werden hier fast bis zum Ende des Jungpaleolithikums genutzt. Im Gravitien kommt dann der Bumerang auf. Wir haben mit den Stoßlanzen und dem Wurfsperr eine effektive Tötungsreichweite von 5 bis 10 Metern. Und dann kommt der Bumerang. Wir sind jetzt in einer reinen Steppenlandschaft. Die Wälder sind weg. Wir haben nur noch Steppe. Da taucht dann der Bumerang für eine kurze Zeitepoche auf, für so 1.000, 2.000 Jahre circa. Der Bumerang hat dann eine effektive Tötungsdistanz von so 25 Metern. 25 bis maximal 30 Metern. Und dann die nächste Veränderung. Der Wurfsperr und die Stoßlanze wird natürlich durchgängig weiterverwendet. Die werden zwar gegen Ende hin weniger, aber selbstverständlich werden die immer noch verwendet. Das nebenbei. Dann kommen wir hier. Ab so 25 bis 23.000 Jahren vor heute. Wir haben immer noch Steppenlandschaften und da kommt dann die Speerschleuder auf. Werden wahrscheinlich viele von euch kennen. Ich erkläre das trotzdem. Wir haben hier einen kürzeren Stock mit einem Haken hintendran. Diesen Haken, da kann man dann den Speerschaft einlegen. Und das Ganze hier fungiert dann als Verlängerung des Armes. Das heißt, der Speer wird nicht aus der Hand geschleudert, sondern von diesem Haken. Und das circa 30 bis 40 Zentimeter vor der Hand nach Beendigung des Wurfes. Das heißt, wir haben eine Verlängerung des Arms von 30 bis 40 Zentimeter. Wie wir alle wissen über die Hebelgesetze. Je länger der Hebel, desto höher die Kraft. Und so ist das auch hier. Somit haben wir eine deutlich höhere Tötungsdistanz. Und zwar von 30 Metern. Auch die Durchschlagskraft ist deutlich stärker. Und hier haben wir dann diese Methode. Wir haben Silex-Klingen, die seitlich hier angesetzt sind an die Holzspitze. Die werden meistens mit Birkenpech oder ähnlichem am Holz befestigt und auch im Holz eingelassen. Dort dann festgeklebt. Das heißt, wir haben eine hölzerne Spitze wahrscheinlich in Flammen gehärtet. Und dort haben wir dann kleinere Silex-Klingen, also Steinklingen, aufgeklebt bzw. eingesetzt. Weiter werden natürlich auch noch hier Knochen- und Geweihgeschosse verwendet, wie wir hier gut erkennen können. Dann, circa 14.000 für heute, tauchen Pfeil und Bogen auf. Wir haben wieder eine Landschaftsveränderung. Wir haben jetzt Wälder. Das heißt, wir haben dicht bewaldete Landschaften, wo man mit dem Speer und der Speerschleuder oft nicht nah genug an die Beutetiere noch herankommen kann. Und vor allem die Bäume behindern einen in der Bewegung. Da ist dann hier der Bogen, das optimale Jagdgerät. Wir haben eben die Pfeilschleuder effektiv, also der Bogen an sich, der in einem kleineren Raum bzw. weniger Platz braucht, um sein tödliches Geschoss dann loszuschicken. Da tauchen dann auch hier die Dreiecksmikroliden auf. Die treten auch schon hier bei der Speerschleuder auf. Und auch die fertigen, komplett aus Stein geschlagenen Spitzen tauchen da auf. Jetzt im Atelier tauchen diese Teile auf mit den Widerhaken aus einem Stück Knochen geschnitzt. Und das sind dann Harpunen, die wir da finden können. Das heißt, wir haben hier Beweise für Fischfang. Sowohl in Küstennähe als auch in Seen und Flüssen gibt es dann Zeichen für Fischfang. Eine weitere Innovation sind natürlich nicht nur die Jagdwaffen, sondern auch die Unterkünfte der Menschen. Und da haben wir hier ganz besonders anzumerken, sind Großbauten, die auch da schon ab ca. 34.000 v. Chr. vor heute entstehen. Und wir sind immer noch in Jäger- und Sammlergesellschaften und wir haben auch immer noch Nomaden. Doch jetzt taucht die Besonderheit auf, wir haben teilweise feste Lagerplätze. Das heißt, diese Lagerplätze werden saisonal aufgesucht und ab 34.000 v. Chr. können wir belegen, dass an manchen dieser festen Lagerplätze wirkliche Großbauten, also größere Langhäuser entstehen. Weiter haben wir dann auch noch hier sowas. Da finden wir dann an bestimmten Orten mit Steinplatten ausgelegte Böden oder auch festgestampfte Böden mit kleineren Mauern und Gräben drumherum, also wirklich klein, so 50 cm bis maximal ein Meter. Und das sind dann auch saisonale Lagerplätze, wo dann transportable Zelte aufgebaut werden. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr Hütten, die an Ort und Stelle mit den Materialien errichtet werden, die man gerade hat, sondern wir haben Zelte, die mitgenommen werden und das haben wir ab dem Magdalenjahr. Das heißt, wir haben Zelte aus Knochen und Fellen, die mitgenommen werden und dann aufgebaut werden. Das sind die Besonderheiten, die wir jetzt hier haben. Bedenkt, wir sind immer noch Jägersammlerkulturen, wir haben größtenteils Nomaden, Wir haben saisonale Siedlungsplätze und das ist die Besonderheit in den Hausbauten, die wir finden. Die erste Sesshaftwerden wird dann so circa 4000 Jahre später vonstatten gehen. Eine weitere Besonderheit sind die Bestattungen. Ich hatte euch ja von der ersten Bestattung der Männchen erzählt und zwar im letzten Video, das war in Israel. Und jetzt haben wir wirkliche Bestattungen, wie wir sie auch meistens heute ansehen würden als Bestattungen. Und da haben wir Punkte, die hinzukommen. Die Rötelstreuung, die war bekannt, das ist das, was wir hier sehen. Das ist die Rötelstreuung. Und jetzt kommen noch mehr Aspekte dazu. Und zwar ein gewisser Schutzaspekt. Das hier ist ein Säuglingsgrab, circa 30.000 Jahre vor heute. Und zwar aus Krems-Wachtenberg. Da haben wir einerseits die Rötelstreuung, die man hier gut sehen kann. Andererseits war das Ganze hier geschützt. Und zwar wurde auf die Säuglinge, das sind zwei, die hier bestattet wurden, ein Mammutschulterblatt gelegt, um sie zu schützen. Und dann finden wir auch noch Grabbeigaben. Das sehen wir hier. Das ist auch circa 30.000 Jahre vor heute. Im sogenannten Sungir. Da haben wir einmal einen Mann und ein junges Mädchen, eine Doppelbestattung. Und hier haben wir jetzt die Besonderheit. Wir haben ein sehr reiches Inventar, ein Grabinventar. Das sehen wir hier. Und wir haben Waffen, Werkzeuge, Materialien. Hier, Spielzeug liegt dort. Und auch besonders anzumerken, wir haben Schnecken und Muscheln. Das scheint jetzt nicht so besonders zu wirken. Jedoch sind diese Schnecken und Muscheln Schmuck. Und das heißt, wir haben hier einen Beleg dafür, dass die Menschen bereits Schmuck produziert haben. Das heißt, sie hatten ein Verständnis für Ästhetik. Und das ist ganz wichtig festzustellen, dass auch vor 30.000 Jahren die Menschen bereits ästhetisches Empfinden besessen haben. Und dass sie im Grunde genauso waren, wie wir heute auch. Damit bin ich dann am Ende mit diesem Video. Im nächsten Video schauen wir auf die nächste Epoche. Und zwar das Endpaleolitikum. Es freut mich, wenn ihr so lange jetzt dabei wart. Und wenn ihr Fragen habt, gilt wie immer, schreibt sie in den Kommentaren. Und dann werde ich sie euch natürlich beantworten.